Oo, oh, 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 oh Nimm deine Hände hoch, schall in den Himmel und sieh dir wieder Wolken erziehen Menschen begegnen sich, erzählen sich Geschichten auf dem Weg nach Berlin Ihr wart 2006 zu Gast bei Freunden und es würde uns so viel bedeuten. Kommt ihr erneut, ihr seid herzlich willkommen wieder zurück in Berlin. Lasst uns zusammen und zwar von Anfang an an diesem Traum festhalten. Wir würden liebend gern 2024 ein riesengroßes Fest abhalten. Deutschland, was geht? Bist du bereit für Sport der Extraklasse? Applaus wäre garantiert, auch wenn ich's nur als Letzter schaffe. Zabeisein ist alles der olympische Gedanke. Alle Flaggen und Athleten vereint unter einer Flamme. Gibt uns ne Chance, gibt eine Stimme pro Berlin. Nach 72 hätten wir es jetzt verdient. Wir wollen die Spiele, wir stehen auf den Dächern der Stadt. Die Athleten sieben, setzen sich ihre Ziele. Für den Erfolg kämpfen sie Tag und Nacht. Wir wollen die Spiele. Es geht's nicht darum, immer gigantischer, immer größer zu werden bei den olympischen Spielen, sondern es geht uns darum, dass wirklich alle mitmachen und dass Berlin ein guter Gastgeber ist für Spiele der Jugend. Wir wollen eine weltoffene, tolerante Stadt sein, die die Menschen, die die Jugend der Welt einlädt, hierher zu kommen, zu friedlichen Sportspielen. Darum geht's uns und das ist der Kern unserer Bewerbung, liebe Berlinerinnen und Berliner. Lass im Leben den Legenden von unserer blauen Bahn Renn- und Schaulaufen. Hier ist der Platz, wo du Geschichte live erleben kannst. Bist du einmal Olympiasieger, bleibst du es ein Leben lang. Dabei sein ist alles der olympische Gedanke. Alle Farben und Athleten vereint unter einer Flamme. Gibt uns ne Chance, gibt eine Stimme pro Berlin. Nach 72 haben wir es jetzt verdient. Wir wollen die Spiele, wir stehen auf den Dächern der Stadt. Die Athleten, sie setzen sich ihre Ziele. Für den Erfolg kämpfen sie Tag und Nacht. Wir wollen die Spiele, wir stehen auf den Dächern der Stadt. Die Athleten, sie setzen sich ihre Ziele. Für den Erfolg kämpfen sie Tag und Nacht. Und hier, und hier, und hier, auch noch ein bisschen Stimmung. Und hier, und hier. Die Athleten, sie setzen sich die Ziele. Untertitelung des ZDF, 2020